Und damit begrüßen wir euch liebe Leute zu unserem Scorpiron Mythic Video Guide hier für die Nachtfestung. Ihr seht hier unser Line-Up, 2 Tanks, 4 Heiler und natürlich die ganzen Damage-Dealer. Durchschnittliches Item-Level hatten wir von 897,4 und ja, wirklich viele Änderungen gibt es nicht. Es gibt eigentlich nur eine und zwar betrifft das die Fragmente. Genauer gesagt ist das die Fähigkeit chromatisches Exoskelett. Dadurch wechselt der Boss einfach regelmäßig die Farbe, anfänglich natürlich so wie wir es haben, blau. Dann geht er aber zu rot über und hat dementsprechend natürlich auch andere Fähigkeiten und zwar die instabilen Fragmente. Die sehen wir jetzt hier im Bild. Spawn im Übrigen immer auf Spieler, also ihr solltet nicht irgendwo außen am Rand stehen. Da solltet ihr sowieso nicht stehen wegen den Ads, sondern schön mittig im Inneren, damit die möglichst zentral einfach stehen. Warum das so wichtig ist, ist die instabile Resonanz. Sobald der Boss die Schockwelle auf diese roten Fragmente, also auf die instabilen Fragmente gewirkt hat, fangen die an zu pulsieren und explodieren dann nach gut drei Sekunden. Explodieren die und ja, das ist einfach extrem hoher Schaden, im Mythischen eventuell sogar tödlicher Schaden. Deswegen auf jeden Fall alles zentral schön hinlegen und nicht irgendwie mehrere von diesen Fragmenten einfach abbekommen als Spieler. Als letztes besitzt der Boss noch die grüne Phase und da hat er dann die ätzenden Fragmente und hinterlässt dieses toxische Cetin oder Chitin auf dem Boden. Ja, da natürlich auch nicht drinstehen, ganz klar, die Flächen auf dem Boden verursachen auch einiges an Schaden und sollten natürlich auch gedodged werden. Ja, ansonsten alles weitere, Arcanelein und das Arcanschlitzen betrifft natürlich wieder den Tank. Ein Tank kümmert sich um die Ads, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal direkt ins Video. Der Kampf dauert unter fünf Minuten und oberste Fokus Priorität sind natürlich die Ads. Also ganz klar, nehmt hier einen AE-Spec mit. Ich habe jetzt nicht so krass auf AE geachtet, also nicht meinen absoluten AE-Spec reingemacht. Aber wenn ihr nicht viel AE-Schaden im Raid habt, solltet ihr den auf jeden Fall mitnehmen. Wir hatten jetzt recht guten AE-Schaden und ja, ihr seht jetzt hier die ganzen kleinen Skorpione am Rand kommen. Ansonsten fokussierte Explosionen da natürlich sich auch nicht von treffen lassen. Generell, wenn ihr den Boss noch gar nicht kennt, schaut euch bitte erstmal unseren Normal- und HC-Guide an. Da sind alle Fähigkeiten detailliert erklärt, auch wann man am besten oder in der mythischen Schwierigkeitsstufe ziehen wir, sobald wir das Schittin-Exoskelett runtergedealt haben, Blattlast, weil wir dann einfach 100% erhöhten Schaden haben. Und ihr seht, wir sind jetzt hier in der roten Phase, sollten uns jetzt natürlich schön mittig aufhalten, damit die instabilen Fragmente da auch schön zentral abgelegt werden. Der Boss wirkt gleich die Schockwelle und dementsprechend im Anschluss natürlich instabile Resonanz. Das heißt jetzt erstmal kurz hinter die Bruchstücke und danach raus, weil die Resonanz ist sonst tödlich. Draußen natürlich nicht die Ads pullen, das wäre super. Und ja, grüne Phase, jetzt haben wir es mit dem Gift auf dem Boden zu tun, den Flächen auf dem Boden zu tun. Da auch jetzt nicht, sage ich mal, krass drinnen rumideln. Und ansonsten wirklich Fokus-Priorität die Ads. Der Boss hat, also Blattlast läuft gerade, weil wir dieses Schittin-Exoskelett jetzt auf 0 gebracht haben, also von 25 auf 0. Das heißt jetzt, ihr seht, dass er littner Schaden um 100% erhöht. Und das ist einfach, sage ich mal, die Burst-Phase, in der wir den Boss gut von den Prozenten runterbringen können. Und da solltet ihr natürlich eure CDs und Blattlast und so weiter so teilen, dass das halt hier wirklich in den Boss geht. Denn jetzt hat er wieder den 25er Stack und er leitet 25% weniger Schaden. Und ja, so ist der Boss. Also, ich muss sagen, am vergangenen Mittwoch, ich meine, heute haben wir Freitag, den 3. Februar. Wir haben ihn letzte Woche schon getötet im ersten Try. Und ja, hat natürlich erstmal niemand mit gerechnet. Aber ich meine, es ist der erste von 10 Bossen im ersten Try direkt. Eher ungewöhnlich, auch für uns. Deswegen, das Video auch jetzt erst relativ verspätet. Aber ich meine, der Boss ist nicht schwer. Also, ich würde sagen, sogar der einfachste mythische Boss seit langem, den wir hatten. Und auch kein Vergleich zu Smaraggrün-Albtraum oder, ja, oder hier dem ersten Boss aus, oder Odin. Odin war ja ziemlich krass in der mythischen Schwierigkeitsstufe. Also, hat Try intensiver als auf jeden Fall Scorpiron. Denn der ist hier eigentlich nur, ja, ein Opfer. Aber auch hier kann man natürlich wipen, gerade wenn man die Ads vom äußeren Rand pullt. Wenn die Ads hier, gerade die flüchtigen Skorpide, nicht getötet werden. Ich meine, auch wenn ihr IE-Spec habt, nur wenn da zwei, drei Mobs sind, auch die gilt es zu töten. Auch wenn die Kleinen schon weg sind. Ich weiß, es ist natürlich immer ganz cool, wenn hier, weiß ich nicht, acht, neun Mobs oder wie viel hier drin sind. Aber auch die großen Flüchtigen heißt es einfach zu töten. Und, ja, Schittin-Exoskelett-Phase hier nochmal. 14 Sekunden, 100% erhöhten Schaden. Und auch die, den Schaden sollte man natürlich mitnehmen. Das heißt, eventuell zweiten CD. Ja, meine CDs gingen sich, das ist irgendwie scheiße vom Timing, der Boss. Ähm, ja. Wow, da stand ich eigentlich gar nicht mehr drin. Gut, der Breath ist Kegelfirming nach vorne, wie ihr gerade gesehen habt. Und, ja, Schockwelle, das heißt schnell hinter ein Bruchstück. Und ansonsten wirklich bitte immer die Flüchtigen Skorpide töten. Damit macht, tut ihr eurem Tank einen riesigen Gefallen. Und auch dem ganzen Raid. Gut, aber ansonsten würde ich sagen, war es das schon. Ähm, wie gesagt, der Boss ist nicht schwer. Probiert ihn einfach mal mit eurer Gilde selbst aus. Äh, ja. Falls ihr den Boss nicht kennt, nochmal der Hinweis, wir haben für den Boss, für die heroische Schwierigkeitsstufe, bereits ein ausführliches Video-Guide mit allen wichtigen Fähigkeiten. Da habe ich auch nochmal ein bisschen spezifisch was zur Arkan-Leine, beziehungsweise dem Arkan-Schlitzen gesagt. Tja, alles weitere findet ihr dann natürlich auch bei uns auf der Webseite unter www.mmozon.de. Einfach Legion-Raids und dann Nachtfestung auswählen. Da sind alle mythischen, alle kommenden mythischen Video-Guides und natürlich die Normal- beziehungsweise HC-Video-Guides verlinkt und nochmal ausführlich in schriftlicher Form zusammengefasst. Ja, Item-Level 900, 920. Tja, wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich, äh, bei meiner Gilde Undisputed vom EU-Realm-Terror da. Bedanke mich natürlich ganz recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe natürlich, ich konnte euch den Boss erklären, gut erklären. Und wie gesagt, probiert ihn einfach mal, er ist nicht schwer. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Macht es gut, haut da rein. Ciao.